Wir haben uns beim IW zuletzt stark mit dem Ruhrgebiet befasst, den großen Strukturproblemen im Ruhrgebiet und uns überlegt, welche Maßnahmen das Ruhrgebiet tatsächlich voranbringen können. Infrastrukturausbau ist wichtig, wirkt aber nur langfristig. Daneben ganz wichtig Innovation, die Hochschullandschaft stärker vernetzen mit der regionalen Wirtschaft, das Facharbeiterpotenzial heben und ganz entscheidend die Kommunalfinanzen. Ohne eine Entschuldung der überschuldeten Kommunen wird es nicht gelingen, mehr zu investieren und die Werbesteuerhebesätze zu senken.